Es ist Freitag und es ist die World of Trading. Man sieht es, man hört sein eigenes Wort kaum. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen was mitbekommen von dem, was ich Ihnen sage. Denn ein bisschen die Eindrücke hier von, naja, dieser Messe hier mitten in Frankfurt. Aber natürlich noch viel wichtiger für uns, was macht der Markt dann heute? Wir haben Brückentag in Amerika nach Thanksgiving. Heute der Black Friday. Ich weiß nicht, ob es Ihnen ähnlich geht wie mir. Ich kann es schon fast gar nicht mehr hören. Aber viele Marktteilnehmer werden im aktuellen Markt fernbleiben und ein bisschen sieht man das Ganze am aktuellen Chart. Wenn Sie sich den Dow Jones beispielsweise angucken, wir sind immer noch in einer Abwärtsbewegung. Okay, touché. Aber wir sehen, dass die Bewegung sich ein bisschen austrocknet, dass wir nicht mehr so weit vorwärts gehen. Es sieht korrektiv aus. Wir könnten auf der Abwärtsseite aktuell einen Trendkanal basteln und dann überlegen, hey, das ist doch korrektiv in die Abwärtsrichtung, in die Trendrichtung. Das ist genau nicht das, was man eigentlich haben will. Also dementsprechend Charttechniker reden da gerne von einer Situation, ending, diagonal ending, in dem Fall das Ende einer Bewegung. Wir haben es ja schon mehrmals angesprochen. Und aktuell ist das tatsächlich so, dass wir hier die Chance haben, dass diese Abwärtsbewegung so langsam, aber sicher eben zu Ende geht. Und der Markt dann so langsam, aber sicher mal wieder nach oben kommt. Die Chancen dafür sehe ich relativ groß. Wie weit nach oben, das werden wir sehen. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist die Sondersituation, dass der Markt aktuell ein bisschen ausgetrocknet ist. Ich habe es gesagt, wegen des Feiertags. Deshalb ist Vorsicht da durchaus angesagt. Ansonsten sollte man im Hinterhand haben, nochmal, was der DAX gerade macht. Der hat nämlich ein wunderschönes ABC nach unten gemacht. Richtig schön korrektiv hier auf der Abwärtsseite. Und ja, dementsprechend beste Chancen eigentlich, dass der Kurs nach oben dreht. Das muss er aber allerdings erst mal tun. Da müssen wir erst mal abwarten, ob er das dann tatsächlich auch macht. Deshalb genau hingucken. Wir hätten Fionacci-Levels, die sich für den Dreh anbieten. Wenn dem so wäre, wenn er das letzte Zwischenohr nach oben rausnimmt, dann wäre ein perfekter Start für den Jahresendrallyen durchaus möglich. Aber in Anbetracht dessen, dass der amerikanische Markt sich auch noch nicht entschieden hat, bezweifle ich, dass der DAX heute das tatsächlich noch hinbekommt. Hinbekommen hat der Euro, zumindest mal die Abwärtsbewegung. Wir haben darüber gesprochen, so ein bisschen Trendkanal nach oben. Jetzt nach unten der Ausbruch. Auf Warnbar-Basis, Trend des DAX, hatten wir ja eine Idee auf Tagesbasis. Die ist inzwischen auch getriggert, wenn ich das richtig gesehen habe. Also insofern laufen wir jetzt drauf, dass dann die entsprechende Bewegung nochmal weitergeht. Der heutige Trade des Tages, das müssen Sie sich selber nochmal angucken, was das sein kann. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie da den richtigen Einstieg finden. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie sich unsere Idee aber zumindest mal angucken. Sie ist ja eh kostenfrei, wenn Sie sich angemeldet haben sowieso. Und ansonsten machen Sie das schnell. Dann haben Sie immer jeden Tag eine kleine Idee von uns. Und bevor ich jetzt meine Stimme gänzlich verliere, mit den letzten Bildern hier von den Eindrücken hier aus Frankfurt von der World of Trading, zu Ihnen nach Hause und genießen Sie den Handelsnachmittag und anschließend das Wochenende.